Hallo und herzlich willkommen bei der Ono Yu-Gi-Oh gegen diese Leute hier! Ne mit Gamer gegen Donyo! Wo steht Thomas? Ich hab' gemacht eine Runde zu den Räuschen! Oh ja! Ich bin nicht dran! Ich bin für drei Runden nicht dran! Denk mal, du musst das Bild von Antone zensieren! Da machst du einfach eine Kartoffel hin! Ne, das muss man nicht zensieren! Es muss er zensieren! Kommt eine Kartoffel hin! Ich will seine Kartoffel sehen! Ja! Ha! Trennern ist fertig! Bam! Hat ja lang gedauert! Wir haben schon nichts gebraucht zum Duellstart! Eigentlich steht's auch nicht! Aber die haben wir das nochmal gehoffnet! Du! Ü-A-E! Mäh! 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 Thomas, dein Bild musst du auch zensieren! Da muss auch eine Kartoffel hin! Das ist ein Standardbild! Egal! Alles, was ich zensiere, ist jetzt einfach statt zum schwarzen Bein eine Kartoffel hin! Da muss ja immer länger zensieren! Da muss ja immer länger zensieren! Oh, gut! Äh, Antonio! Boah, nee, er hat das Deckel! Hinutama! Hm? Hinutama! Schlimmen wir jetzt eigentlich alle? Schlimmen wir jetzt eigentlich alle meinen Tiers? Nein! Schöne? Nein! Thomas hat dein Monster geblockt! Channel switch! User was moved to your channel! Hey, cool! Gut, Thomas, dass du Antonio sein Monster geblockt hast! Geblockt hast! Du hast Monster geblockt! ? Ja! Denk mir mal so YOLO und denk mir mal so richtig Kassiolo wenn ich mich angreifen kann! Oh, shit! Stufenbeschränkung im Gebiet B ist eigentlich gerade ziemlich scharfe. nein tue ich nicht ich habe eine karte gelegt ja aber warte mal karten ist richtig geil die eine karte musste ich legen und die andere karte nutze ich jetzt ja dann habt ihr verloren jetzt dann guck mal wenn das einfach zu bildern ja das ist rang das geht das kann angreifen das ist rang 4 ich schicke ich schicke nachher ein bild das kostet immer einfügen wenn irgendjemand blöd macht das schicke ich dir jetzt mit öffentlichen 1 8 ich hätte mich gar nicht mehr verlaufen können was du vorhin schon mal gemacht hast so Juna guck mal auf Skype das gilt immer mal die Stufengeschränkungen zerstört und den auch hast du gesagt den auch ja und den hä wir haben Dena verstanden was hast du verstanden? Dena geil wow Dena guck mal jetzt hast du noch drei karten da liegen bist du immer noch so angepisst? ja ne eine davon ist dein und die andere ist kartenhändler immer noch so angepisst das ist doch voll geil hat sich jetzt schon gelohnt scheiße ich hab glaub ich hab grad nicht aufgepasst gut so passt so Antonio was kann ich denn grad machen? Thomas hätten wir grad die mittlere Fallencard aktivieren können? das weiß ich nicht Thomas das weiß ich nicht das weiß ich nicht mehr das ist eigentlich schon Thomas das ist auch voll ich frag ja nur was ich so versaut habe hätt ich die grad eigentlich aktivieren können wär das besser gewesen wär das von vorher gewesen hätte ich grad die Fallencard aktiviert was kannst du bei Monsters für Synchron nehmen ne? äh 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 kannst du bei Monsters für Synchron nehmen wenn du willst äh Thomas gewinn jetzt mal ja gewinn einfach in einem Zug wie sie machen jetzt hat er auch vorhin gesagt wie er sich essen musste gewinn einfach mal ah koala der koala des Todes nehme dich d death heisst du koch hier ich vedente ich find hier ehrlich gesagt ich musste ganz ehrlich sagen ich finde meine ähm 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 äh ähm äh meine Border besser als die rot Julian schau mal aufs Körnversicht damit habe koch du dir tagesang Week übrigens äh Antoni hat eh von verloren durch Zeit rein dort exe das fußte verein kenne ich voll cool den den sonneneruptionsdruck hatte ich auch früher immer der ist voll cool weil im bewegungskanone das geilste sind zwei sonneneruptionsdruck hast kein gegner kann keine bei drachen angreifen und der gegner kriegt jede runde tausend schaden ist die geilste kombi ich habe blauäugier weißer dreigen da habe ich kein ob ich darf keine zwei leute auf die opfern dann tausche ich euch aus und zieh den technomanie habe ich nicht wissen was ich hatte ich nicht verstanden habe ich auch nicht verstanden was hast du gesagt tschuldigung wiederholen noch mal jetzt sag so halbpart wir sind jetzt sag abwehrkräfte was hast du gesagt verstehe dich nicht kannst du nochmal wiederholen ich habe kein wort verstanden was hast du nicht aktivieren hallo ich habe nichts verstanden nichts aktivieren das ganz rechts oh das war sogar richtig jetzt das in der mitte du solltest in der mitte aktivieren antonio das in der mitte hast du ja gesagt so zu aktivieren falls es nicht geht dann wirf die karte ab und einfach um aufgeben drücken das passiert auch welches ich verstehe nicht aufgeben willst du das in der mitte drücken antonio das in der mitte wir haben noch vier da gibt es keine mitte ja das ganz rechts links mitte nein das rechts davon meinte ich das rechte von ganz rechts rechts von ganz rechts ja genau julian du solltest aber mit dem doch die fallen karte in der mitte aktivieren boah julian ich hasse dich ich weiß ich auch warum schon die du hättest aber noch hä ja damit hä ich aktiviere immer sofort ich liebe es wird die verbrüder Development Quatsch nein das ist mein hobby ach du denk dran die mit der mitte zu aktivieren und nicht ganz rechts du machst du eben den tipp gegeben musst du nicht die karte ganz links aktivieren sollte egal was passiert Niemals! Ich kann... Nie ganz links! Nie ganz links! Nein, niemals die ganz links aktivieren, das sagst du nicht! Da tu musst du jeden geraten! Da sind die Insta-Tot! Das war auch geil! Thomas, denk an die Seite von links! Denk an die zweite von... Rechts! Ach so, das ist so... Die zweite von rechts hat er gesagt! Von ganz, ganz rechts die zweite! Superheroes! Ich mag das Spiel nicht! Aber es ist cool, komm schon! Thomas, denk dran, deine Fallenkarte nicht zu spielen! Oder... Ja! Denk dran, deine Fallenkarte nicht zu spielen! Denk dran, deine Fallenkarte nicht zu spielen! Ich mach das gar nichts, gell? Du kannst Endphase drücken! Du kannst Endphase drücken! Antoni möchte, dass du Endphase drückst! Hallo, Endphase! Du kannst Endphase drücken! Hallo, was ist das denn? Der ist weg! Das ist egal! Ne, sowas gibts hier nicht! Sowas gibts hier nicht, Alter! Wer ist denn beide hergemucht? Weil wir genau die richtigen beide ausgesucht haben! Ich bin immer noch dran, die Postel angelegt! Ja, Endphase! Und irgendwann verliert ihr wegen der Zeit, ne? Endphase! Ja, wollte ich grad sagen! Guck mal, wenn du so lange nichts machst, dann verlierst du wegen der Zeit! Ja, dann mach ich's halt! Hä, ich hätte Endphase... Ich hätte an der Stelle Endphase gedrückt! Ach, wow! Oh, die hast du... die hast du auch! Ne, die hat er nicht! Das ist ne optische Täuschung! Mann, Alter! Ja, ich wette auf Spiegelkraft! Ach, ne! Gut bei dir! Gut so! Das hat Antonio ja auch geraten, dass du die bei dem aktivieren sollst! Hast du nur nicht ganz gehört! Antonio, du musst unbedingt noch ein anderes Bild reinmachen! Ja, hast du gehört, Antonio, du sollst das Bild behalten! Hä? Wenn du da immer ne Kartoffel hinmachen willst? Gerne! Mann, ich kann doch die anderen zwei Stufen! Pst! 이거? Pst! Ja, Kleid LC! Du? Ja, ich lerne schon, dass man die anderen zwei der Um jurisdictions erst tun kann! Denk dran, die Karte sofort zu Opfern, nur weil du kannst! ich kann gerade nichts machen das hätte ich auch gemacht denkt daran nicht wenn wir zu aktivieren das solltest du auf keinen fall machen an antonio denkt daran nicht wenn wir zu aktivieren auch und übrigens du solltest angreifen da weißt du hat antonio geraten das war die feste Taktik weil es nicht so die Stattung in der Umgebung die Karte ist wichtig ja ich bin für die Tomas auch das sind erhältlich ich habe davon die Führung die Führung der Hand ja ja ich bin nach der Siebauer der Monster zur Schöpfung der Zinsen ich glaube ich habe nicht einmal okay die musst du richtig auch dreimal aber die sollst du auf jeden fall nicht flippen ich einfach nicht die karte flippen wenn du die karte flippst bist du tot ich will das aber das ist lustig hey was soll das denn hallo bin ich irgendwo hallo so was ist unverantwortlich so was gibt es hier nicht wo ist der jetzt hin antonio ist länger weg hallo so oh gott ihr bringt mich um leute und guckt nämlich nicht auf das wäre perfekt für den besten auffällt ich glaube man tut jetzt wirklich länger weg was machst du denn ja hallo das hätte ich jetzt auch gemacht ehrlich gesagt ganz ehrlich sagen ganz rechts ganz ganz rechts ganz rechts ganz rechts rechts hörst du dich recht ganz ganz rechts die ganz rechte karte ganz ganz rechts direkt die karte ich der mitte die spiele nur mit vollidioten die ich bin vollidioten frei bereich wer der kartoffel ich darf das Ich habe Bock auf Kartoffeln. Nicht Wellenbewegungskanone aktivieren. So Thomas, jetzt gewinn mal. Mach die Scheiß Kanone und dann hau den einen rein. Nicht Kanone aktivieren. Hast du gehört? Nicht die Kanone aktivieren. Ach Mann, hör auf Julian bitte. Ich liebe es aber. Ey. Hast du schlechte Ohren? Schlechte Ohren. Auf jeden Fall keine Huten. Ich würde jetzt gerne diese geile Fusionskarte ziehen. Aus dieser alten Folge kann man so gut ein Biss-off machen. Mach du doch. Ich habe keine Lust. Äh, ne. Wann kommt die Folge? Einen Monat? Zwei? Anderthalb. Für Weihnachten. Für Weihnachten. Für Weihnachten. Für Weihnachten. Happy Birthday, Jesus. Ich würde sogar vielleicht... Ne, warte. Es ist nicht November. Oder? Was ist das denn? Fühlt ihr aufgedeckt? Oh, jetzt habe ich nicht können. Moment. Hä? Ich habe gerade Krall des Citras gezogen, wenn wir jetzt, 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 wenn wir jetzt die Spielkraft noch hätten. Wow. Dann wäre das ganz schön gut. Sollten wir eine aufheben von den nächsten Zufahren? Ganz mal mit dem ganz nichts anderen. Richtig schon. Ganz recht hast du dort? Ganz, 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 ganz. Ganz, genau. Mit dem 1.000er Monster. Mit dem 1.000er Monster. Mit allen, trefft mit allen. Ganz, ne, 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 ne. Also ich glaube, am Ende wäre... Ich würde nur mit Shashabrank und sonst niemanden. Soll ich eine Spezialbestimmung machen? Ja. Ja. Hä? Ja? Die haben ja eh keine... hä? Ja, ja, mach. Ja. Ja, mach. Das lohnt sich immer. Spezialbestimmungen sind immer gut. Das ist ein ernst gemeinter Rat. Ich würde eine Spezialbestimmung machen. Ich würde eine Spezialbestimmung machen. Antony, weißt du, was ich jetzt mit dem Rufdecker? Ja. Was meine? Hatte dem Schwerde... Ich bin's ja einfach nicht worum gemacht. Da machte der Stufe 4. Hahaha. So ein Opfer. Ist so, Alter. Hey, der ist ja voll schlecht, übrigens jetzt zu dem Ander. Ich meine, der hat 100 Angriffspunkte mehr und dafür hat der voll Kacke und so. Dafür hat er keinen Effekt, Alter. Was soll ich das? Das war ein 1.000er Monster. Das war Verschwendung. Oh, scheiße. Haha, wir können so gut Schauspieler haben. Äh. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Aber da hast du ein Lehrzeichen vergessen. Neuschreiben. Alles neu schreiben. Und das 1.000 Mal. Eigentlich ein Lehrzeichen? Ja, fast überall. Aber egal. Ein Lehrzeichen. Bisschen unterdrücken. Das schreibst du jetzt 1.000 Mal an die Tafel. Hier. Und zwar korrekt. Ne. So ein Arschloch nicht. Du hast Kommas vergessen. Ein paar. Neun. Du lösst aber gerne ein Arschloch, oder? Ja, natürlich. Nach Kot. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Julian stinkt. Oh, shit. Ja, geht der Scheißwind. Das stimmt. Ich hätte fast schon eher Stärken Schock durch. Ich hätte gerade zu halb Schluck auf. Wusstest du, dass, falls ein Monster angreift, der Störer ist am Ende in der Battleface? Hä? Ich mach mal die Artikel Waldkarte durch. Ja, Ding. Ja, schreib trotzdem mit Kalut den Mundschatten an, bitte. Ich zerstöre dann von denen einen Monster. Ich weiß nicht. Ist ganz nett. Keinen Monster zerstören. Würde ich echt nicht machen. Warte, mach das ganz recht. Ganz recht. Ja, was anderes können wir ja nicht machen. Achso. Julian? Ja? Schön oder nicht, was sie gerade gemacht haben. Ja. Mhm. Warum? Ich hab nicht gecheckt warum, aber okay. bei mir leckt die. Du lagst bei uns. Ja. Ich hab ja schon. Ja. Ja. Hallo. Oh geil, der wird trotzdem zerstört. Oh, der zerstört seine eigene Karte. Nice. Ich versuche mal was, das geht, das geht, das geht, das geht. Ich versuche mal was, bumm! Kannst du uns jetzt nochmal an, dass es 300 Schaden bekommt und wir 1000? Was machst du? Hä? Wir haben insgesamt noch 600 Schaden mehr bekommen, aber das geht nicht. Weißt du, wäre das entscheidende Finale, die hätten nur 600 Life Points gehabt, die wären tot. Oh mein Gott, Julian, Julian, aktiviert, aktiviert den Gale, bitte aktiviert. Ja, ja, natürlich mach ich das, aber warte, warte. Äh, ich könnte, ich könnte, aber es bringt mir ja nichts, ich hab keine andere. Bitte, bitte, die andere, bitte, bitte, die eine. Geil. Ja, Julian, du hast ne Neunf... Ja, ist immerhin stark. Dernstaub. Tisch, Dernstaub. Alter, so geil. Nicht, nein. Tiss, 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 tiss. Tiss, tiss, tiss. Und? Wie fehlt etwas? Warte, warte, warte. Wow. Ja, ist theoretisch nicht schlecht von denen gewesen, aber... Ausصلere noch was. Ich bin halt. Ja, Eisenschrott. Jetzt bin ich ja gar nicht. Die, 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 die Gäste sind eure Schaden und die, die sind unsere Monster am nächsten YouTube wieder normal. Nein, nein. Die bleiben jetzt für immer so. Es ist doch doof. das ist doch, das ist doch kacke, ey, das ist doch echt kacke, ey, wir haben verloren, hier, ja, ich würde sagen, ja, nee, die Unruf, das ist nicht, was soll das jetzt wieder heißen, jetzt habt ihr euch aber mit jemandem angelegt, das stimmt, ähm, ähm, ihr habt zwei Monster, gell, ja, nein, okay, hier, äh, äh, löst mal das Motiv, ja, sorry, was ist, oh nein, Hilfe, mein armes Monster, was ich gerade gezogen hab, oh nein, Ich bin so traurig, ich bin so traurig, ich bin so traurig, oh, den kehrt ich irgendwoher, aus dem Anime, hee, ich weiß doch nicht mehr, was der macht, aha, was machst du denn, weg, was ist das, was du machst, sei es, ich hab so zutrub der Gejagten wieder auf der Hand, lol, lol 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 nein aber die... hä? warum haben die keine Stellstoff-Wrache mehr? hä? ähm... hat keiner vor, ich meine verkackt, den Effekt zu aktivieren? so geil ok, nice, Atomio hat erst mal nicht gedacht, scheiße, Stellstoff-Wrache brauchen wir nicht warte, warte, wann musst du dich aktivieren? am Ende des Zuges oh man nice kann dir mal passieren, dass wir das eigene Monster einfach raus... scheiß drauf braucht ja keiner das ist ja doof, wie alt ähm... ja, den da das können wir gebrauchen, oder? ja, ja äh, scheiß drauf erst mal den Effekt aktivieren hast du irgendwas schönes? wow ich zieh nicht die schönen Karten boah, der Forrest ist scheiße der Forrest ist scheiße welcher? wer? jetzt haben die wieder hier Dings Wer ist Forrest? Forrest Gump hä? Forrest Gump Forrest Gump, aka Gamer ja ja und ich habe einen neuen Namen ist mir auch neu was ist das denn? iiii, alter, Pate wir haben hier was dagegen wir sind sowas mit der habe ich jetzt nicht gemeint, aber gut ein riesiges Monster sein nie fährt leicht, sieht man auch wegen seiner gigantischen Ausmahl ist ein... ist ein Niesen so heftig dass man jetzt für eine Karte halten okay, geil wie ist das, was für eine Mafia? ich schnieße dich an ah mh oh, ich weiß auch nicht, das ist gelb normal naja hey ja, jeder Punkt 2.38 Verteidigung ja, die wirklich scheuche ja, kein Wort nein, nicht da nein, nein jetzt nicht? nein hätte eigentlich... hätte eigentlich quasi keinen Unterschied gemacht, oder? nein geil ist es, wir haben ein Volk stimmt, Alter, ihr hättet es lieber bei anderen hey, ihr hättet es lieber aktivieren sollen wenn anderes Monster zerstört worden, ihr Genies nein, egal es ist egal Thomas, hast du gar keine Linkaktivität? soll ich das Linkaktivität oder das Rechte? ich mach rechts was? was hast du gesagt? hast du kein extra Deck? ja, ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat ich hör es auch nicht gerade also, äh, versteht ihr, hallo? das bringt nichts mehr oh ja, ausschalte wir werden erstmal den Effekt von Gale wieder aktivieren ich kann die ganze Zeit eine Synchro mit den zwei machen, aber warum sollten wir? ich hab nur bei einem Deck vier Synchro-Karten das ist keine extra bestes Synchro-Deck ever Mann, mit dem Sternstopp noch nicht was macht ihr denn? Könnt ihr jetzt mal weitermachen hier? jetzt bin ich noch FZP ich kenne das irgendwoher, Julian ach hohohohoho Julian, aktivieren naja ach nee ja, was denn? okay, ja du spielst mit dem ja, trotzdem Aquí Was hörst du? weinlo noch hä, jetzt hab' ich gedacht jetzt hab' ich gedacht die hätten anzuprobnet und hätten jetzt den eigenen Effekt kopiert wei, weist ixed So. Jetzt zeig ich jetzt.. Wisst ihr warum ich ohne gesagt hab? Alter! Leicht..leicht OP! Warte, wieso haben wir keine Monster mehr? Yer.. Ihr habt weder Monster noch Zaubernd Fallen, gar von sich aufgefallen ist. Alle Monster sind zu stark geworden! 3 Sekunden später! Ne, mehr als 20 Sekunden, weißt du, 20 Sekunden später Oh man, wir haben keine Monster mehr Aber so voll glaubwürdig, so Die lila ne Kaffee ist doch jetzt schon Ne, die ist lila blassblau Die ist lila blassblau Die ist lila blassblau Der Kaula wartet Aktivieren Aktivieren, Werkkräfte Ist der trotzdem tot? Ne, seid ihr nicht Kann ich da beim Arm greifen Ja, blassblau Ja, da siehst du doch das lila Und ganz leicht siehst du da oben noch ein blau Irgendwo, in der Fantasie In der Fantasie Warte, du siehst da ein lila Mit welchen Katarinen du überhaupt Könnt ihr dir wenigstens mit dem Lina nur Erster anfangs schließen Deswegen erst recht nicht Ich könnte es noch aktivieren Ne, wir sind eh tot You don't say Machen wir sie erst in 5 Runden tot Okay, gut, machen wir Guter Plan Flammellmache Setz es, setz es, egal was das ist Ich glaube, es ist scheißegal Oh, shit Oh mein Gott, ein Monster Das brauchen wir noch nicht mal Ach Julian, lass doch den Spaß Ah, Magic Mirror Geil Ja, wir wollen ja den Spaß haben, dass wir sie in den Runden vernichten 4 jetzt Spitzelbeschwörung Du kannst ja Synchros machen, Hauptsache Flammellmache bleibt da Genau, den müsste ich jetzt dafür opfern Nee Ihr werdet langsam zugrunde gehen Das ist so unfair, dieser Draste Das geilste ist einfach bei Dingen, ähm Weil Kann man nicht aufgeben Kann man nicht aufgeben, ja? Kann man nicht aufgeben, ja? Deswegen hat sich Tektor als gegen Julian, weil da kann ich nicht aufgeben, um abzufacken Ja, ich war auch gerade kurz auf dem Überlegen, als drauf zu gehen Wollte es auch schon machen, ging aber nicht Nein Ich will ja dich auf jeden Fall nicht Ich will euch dann noch was am Ende des Matches sagen, wenn es vorbei ist Ihr habt gehackt, ich weiß Wie lange hast du es ihnen gesagt? Ja, Spielkraftrache war halt nicht ganz fair, ne? Haben die halt gemerkt Denk dran, nicht den Typ zu beschwören, der jetzt 800 Schaden macht, ne? Egal was du machst, nicht den beschwören Das wär dumm Mach kein 800 Schaden, keine Angst Mach 200 Aktiviert links Aktiviert es hin Warte Alter, Antone, du musst den linken Nice, oh! Oh mein Gott, wir kriegen 100 Schaden, oh! Jetzt wüsst ihr die Karte nur noch 96 Mal ziehen Jetzt wüsst ihr die Karte nur noch 96 Mal ziehen Jetzt wüsst ihr 91 Mal die Karte ziehen und wir sind tot Das ist ein recht tief Oh mein Gott! Ich hab denn keine Nummer gezogen Oh mein Gott! Ja scheiße, jetzt müssen wir ihn ja töten! Nein, 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 nein! Ich versuch's mal mit dem links. Julian lass noch ein bisschen. Aber ich muss noch mit dem links. Hier noch irgendwas. Das, was links war. Ich geh nicht los damit. Ach so. Jo, ihr überhaupt kennt diese Karte. Kannst du aufgeben? Den Traum ist weg. Ich kann nicht aufgeben. Warte, jetzt kannst du aufgeben. Was? Kann ich nicht. Äh, äh. Es verliert Ack. Wartet. Geil. Jetzt nimmt die Flamelbacher. Alter. Alles geht trotzdem. Schade. Warte, ich kann nur was machen. Geil. Du kannst richtig viel machen, sieht man. Ich bin aus dem Spiel raus. Was? Es geht weiter. Komm Gamer, greif in der Hand. Nein. Nein. Okay, ich seh's mir wenigstens nicht mit an. Wir sind so krasse Assis, Alter. Das will ich sehen wie. Flamelbacher, gib ihm den Rest. Alter. Hättet ihr die ganze Zeit mit Einsatzschroff, Vogelscheuche, den Flameldrachen abgeblockt, hätten wir euch nicht angekommen. Ne, hätten wir auch nicht. Ich. Julian und ich haben gesagt, wir besiegen euch mit diesem Drachen. Wir haben heute Wetter gefallen. Lasst uns bleiben da und tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, bis dann. Bis dann. Vielen Dank.